... zu verpassen. Hier ist Radio von Ihnen. Keine Meldung. Wir halten euch auf dem Lauf. Entschuldigung? Heilige Scheiße. Das war echt mal eine richtig fette Explosion. Was? Das war's also. Das Institut ist vernichtet. Es ist endlich vorbei. Du hast den Evakuierungsbefehl gegeben, oder? In dem ganzen Chaos habe ich das nicht mitbekommen. Ist das denn wichtig? Sie waren unsere Feinde. Mein Gott. Wir haben gerade... ...alle getötet? Das wird für immer ein Makel in der Geschichte der Minutemen bleiben. Auch wenn ich froh bin, dass wir das Institut los sind. Das war nicht Teil unseres Plans. Verdammt, General. Ich hoffe, dass ich an dem